Der Inhalt dieses Videospiels ist frei erfunden von Rockstar. Max Payne 3 initialisiert. Max Penetrator hat sich angemeldet. Das ist der Schönfien. Da ist der gute alte Max total runtergekommen. So, Einstellung, Anzeige, Gameplay, Grafik, ja, 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 okay, 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 gut. Ich habe übrigens schon mal kurz reingeguckt im Spiel. Ich muss nur gucken, ob es funktioniert, ne? Ich würde gerne neu anfangen. Neu, genau. Mittel. Ausgelegene Gesundheit und Bullet Time belohnen und bietet eine angemesse Herausforderung. Ja, gut, dann kann es ja losgehen. Leichte Zielhilfe? Äh, ne? Was soll ich denn damit? Kamera mitziehen aus. Wenn nicht, kann ich das später umstellen. Okay, gut. Sei leise jetzt. Melodramatische Musik ertönt. This place is great. Really comfortable. Rockstar Games presents. I'm just gonna get settled in. Time to move on. Get on with my life. Yes, absolutely. Rockstar Studios production. Rockstar Games. Now, like I said, it was a long time ago. Let it go. Seriously. Max Payne 3. Definitely more my style than Panama. Or Hoboken, I guess. No. No. If I'm honest, I just got kind of bored of boozing. I mean, once in a while, but not all the time. I'm right. It wasn't doing me any favors. Oh. Maybe I'd lost my self-respect, but it's back. I'm excited. Really. I really needed a new start. I think you're right. I think I am gonna like it here. It certainly... It certainly ain't New Jersey. It's my new life. Just like you said. It's my new life. Listen, if you think I can still do a job. What have I got to lose? Apart from the weight. Very funny. Ha ha. Yes, that is a fake life, you jerk. You so retirement life only food comportment. That's true! You're ragazzi. This is my ace cat. I'm a real Oilers player. You have to wear your physical dioces. And it's coming out SARAH! There's no tax here at that time. Where life should look away? Untertitelung des ZDF, 2020 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 People. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his coquette younger brother, Marcello. He was a good-time guy, if your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne, and nothing between the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. Guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know. But I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. Oh, my God. We're here! 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 Passov! Was the hell was that? Things have gone from fine to fucked up in about a second Drücke ER. Aktibiere Bullet Time. Es war Zeit, zu wählen. Ein nassiges Fall oder ein Blut in die Hände? Gut. Ja, ich glaub das ist besser. Max ist leicht angeschossen. Aber er ist ja hart im Leben. Geil. Ja, ich weiß, ich hab mich getroffen, aber es war trotzdem cool. Nachladen. Okay, eine Wand kann er sich auch gesteckt. Gut, haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Warte, warte, warte. Was? Der liegt noch? Bleib liegen. Bleib liegen alter, ey. Bleib liegen hab ich gesagt. Das war die Boss-Lady. Nur diese Zeit war sie nicht mehr Vodka in ihrem Cosmo. Sie war auf einer der Balkonien und ich habe es gehofft, dass sie es nicht ausgelöst werden wird. Ich glaube aber. Magazin untersuchen? Jetzt? Trashy-Magazine und ziemlich trashy-People. Ich hoffe, dass ich sie aus der Krims-Sektion behalten kann. Sooner oder später muss ich raus gehen und sehen, was passiert. Geh, Geh, Geh! Ah, nicht so dumm! Nicht so dumm! Nicht so dumm! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Es war vielleicht stupide, drunkenness oder vielleicht beide. Aber bevor ich wusste, ich war zurück, zu schützen, die verrückte Frauen zu schützen. Geronimo! Max Payne-Style. Tranquila! Tranquila! Ne, ich brauche jetzt keine Tequila. Schönes Arbeit! Hey, du brauchst eine Hand? Nein, du! Ich kann alleine aus dem Pool steigen. Ich weiß nicht, Mann. Danke. Ich dachte gerade, er wollte sich die Hände am Jackett abtrocknen. Was geht noch weiter? Ich dachte, das war's schon, ja. Ich habe mir gedacht, die Elevator-Tür öffnen zu einem Feuerzeug von Muzzeln. So weit wie ich es konnte, das eine Sache, das mein Plan zu gehen hatte, war, dass niemand anderes so dumm genug wäre, um diesen Weg zu ziehen. Was hast du mit ihm getan? Ja, okay, ich muss ihn dann ein bisschen gewöhnen hier. Hey, alles klar? Ne. Gar nichts ist klar mit ihm. Drück in der Nähe des Objektes. Ah, er ist schon rausgefunden. Halte der LT gedrückt, um aus der Deckung zu ziehen. Max ist wieder voll in seinem Element. Max Papier, das was er am besten kann. Leute umlegen. Stahle, das war's für uns ist keiner. Egalen. Ich habe nicht mehr gef Yahweh. Das war's für uns. Das waren die Wrad mit ihr. Ich habe jetzt keine Grenzen und los. Das war's für uns. Darum hat. Der Rangt. Na klar, nehmt dieser Ding mit. Ist ja noch irgendwas zum Einsammeln. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich glaub nicht, ne? Oh! Bulletcam. Erledige RT. Den letzten Seind. Okay. Langsam wird die Bulletcam. Halter A gedrückt. Mach ich. Oh oh. Schieß weiter. Okay, mach ich. Der Typ hat sich seinen Tag bestimmt auch anders vorgestellt. Ach, der ist gar kein Schruflind, oder? Nein. So, die Schruflind erstmal behalten. Gut. Ja, ich balle mich. Ich balle mich. Kann ich auch schneller loben? Rauf. Ich will die Schruflin in der Hand, Mensch. Drücke. Oh, ein Schmerzmittel. Okay. Ja. Ja. Oh, jetzt noch nicht. Oh, jetzt noch nicht. Oh, jetzt noch nicht. Oh, Aspirin. Oh, Aspirin. Das war auf der Wand, am側sten der Könige. Ansteuerung muss er sich natürlich ein bisschen gewöhnen, erstmal. Und das, ganz klar. Garagentor öffnen. Mit Y. Ich habe ihnen genug Fähigkeiten gemacht. Ich musste ihnen nicht mehr als ein Hinweis geben. Ich habe ihnen nicht mehr als ein Hinweis geben. Ich bin nicht mehr als ein Hinweis. Hahahaha Alter Bronco Okay, ich glaube eine ist, es muss noch eine, oder? Wo ist er? Komm schon, zeig dich! Mr. Bronco Das ist alles gut Du bist ok Okay, Gameplay ist ganz geil, wie immer Also, wie immer beim XP'n Der erste zweite Teil, die waren ja auch ziemlich gut damals Vor langer Zeit Und wohl das ja auch nicht mehr das neuste ist Na ja Komm mal rein Oh Gott! Du hast gut gemacht, Max! Wenn du sagst. Es sieht nicht so gut aus. Hey, was könnte besser sein? Die guten Leute sind zusammen, und die Kommandos Sombra sind tot. Ich denke. Wer ist das? Ich weiß nicht. Ein Kind von Polizien. Nicht Ufe, aber normalen Polizien. Ich weiß nicht über diese Dinge. Politiker, überall Politiker. Shit, Max, du bist ein bisschen geblieben. Wir holen die Leute nach Hause und dann auch ich geh. Ich hab grad ne Schießereien hinter mir, glaubst du denn wie man da aussieht? Zu Hause war es Zeit für ein bisschen R&R. Der einzige Weg, wie ich wusste, wie. Und damit, glaube ich, ich war bereit für das Bett. Und damit, glaube ich, ich war bereit für das Bett. Ich- Aber dann wärs ja auch nicht Max Payne. Wenn er nicht saufen würde und... Kapitel 2, nur das Zweitbeste. Es wäre ja nicht Max Payne, wenn er nicht Tablettenabhängig wäre und... Ein paar Tage später zurück zu arbeiten. Sorry, was that I say we get into a lot of scrapes, man. Well, we're still here Wasn't just him, huh, baby? Oh, yes, I'm sure you did a lot to save everyone You were probably worried about getting blood on your stash I'm a citizen You know she works in the favela She's the good sister What did you hear Faba more bodies turned up or people went missing, but it's horrifying Can someone say buzz cue? I'm just kidding, but it is a cool town, man. Hey, here we are I love this place I love this view